Die Grundvoraussetzung, dass man mal eine Grippe nicht so stark erwischt, ist immer ein ausreichend hoher Vitamin D-Spirgel. Vitamin C, Zink und eine gesunde Lebensweise. Ich will euch heute zeigen, was Fichtnollen oder Tannenollen für unsere Gesundheit leisten können. Und wenn ein einer die Grippe schon mal erwischt hat, dann zeig ich, wie man wieder halbwegs schnell auf die Füße kommt. Der Wald ist das Grund aus unserer Seele. Das hat schon Sebastian Kleip gewusst. Und er hat immer Patienten empfohlen, ausgedehnte Spaziergänge in die Wälder machen, wenn es Lungenlein oder Lungenprobleme gehabt haben. Das Hauptanwendungsgebiet der Fichte sind Erkrankungen der Atemwege. Vor allem, wenn es bakterieller Natur sind und wenn der Schleim so richtig fest sitzt. Die Wirkung liegt vor allem im Bereich der Lungenerkrankungen, weil die ätherischen Öle beim Mineralieren die Lunge desinfizieren und trainieren. Man kann Fichtnollen und Tannennollen hernehmen. Nur wenn ich die Tanne nehme, muss ich die Kenntnis haben, dass ich es nicht mit der Eibe verwechselt. Weil ich habe den letzten Tannen getrunken. Tannen- oder Fichtensud ist besonders gut bei Husten- und Lungenschwäche und vor allem bei Erkältungskrankheiten. Tannen- oder Fichtnollen aus der Nr. reguliert die Verdauung und dieser ausgezeichneter Vitaminlieferant und wertvolles Nahrungsergänzungsmittel. Die Fichte oder Tanne lief bei allen grippalen Infekten, Husten und Bronchitis, Erkältungskrankheiten, Atemwegsinfektionen, Blasenentzündungen, Durchblutungsstörungen, Gelenkschmerzen, Gicht und Rheuma. Wie man jetzt ein Fichtnoll gemacht oder wie man das auch verwenden kann aus Saunaaufguss, das zeige ich euch, wenn ich daheim bin. Bis später. Fürat euch. So, jetzt bin ich daheim und jetzt zeige ich euch, wie man die Fichten oder wie man die Tanne für grippale Effekte oder auch wenn ich den Covid-19 habe, anmelden kann. So, ich kann hierzu hergehen und nehme da einfach Fichtnodeln, zwei Esslöffel, eine T-Löffel, die wollen wir einfach rein tun. Da tue ich mir das alles ein bisschen mörsern, dass das so oft rausgeht. Das ist eine Möglichkeit. Und dann brauche ich es nur noch rein in die Seich und mit heißem Wasser übergießen und zehn Minuten zirchen lassen. So, jetzt gibt es noch eine andere Möglichkeit. So machen wir hierzu ein D, weil sie zwei D-Löffeln, ein paar Zaußer drücken mit dem Mörser und dann mit heißem Wasser übergießen, zehn Minuten zirchen. Jetzt gibt es aber noch eine Möglichkeit, wo man das noch viel effektiver machen kann. Und zwar entweder, ich tue da einfach kleine Äste hinschneiden, ein bisschen Wasser dazu und dann nehme ich einen Stabmixer. Und dann mixe ich das alles so. So dann, dann schauen wir mal. Ah, da werden sie schon raus, die Brühe. Da sieht man dann, wie gröner das ist, wie schön das rausgeht. Da tue man ein bisschen Wasser dazu, und da sind die ganzen ätherischen Öle drin. Und die nächste Möglichkeit ist natürlich, wie da so eine Weizengraspresse, da kann man es auch direkt rausgucken. Da gehen die ganzen ätherischen Öle daher. Da sieht man so, wie der Herr Rindsch oder Bart. So. Und das, natürlich, das ist reine Medizin. Und da hole ich so einen Vernebler und da leue ich das rein. Dann rieche ich die ganze Wohnung nach Wald. Und das mische ich mit 3%igem Wasserstoffbeabsicht. Das kann ich pur in den Vernebler rein tun. Und wenn ich jetzt die Krippe richtig erwischt habe, dann lasse ich das die ganze Nacht reinstehen, ein paar Tage, und dann atmet automatisch immer das Aerosol ein, das was vom Vernebler rauskommt. Und das tötet alle Bakterien, Viren oder Keime. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was überbleibt. Nach 6 Tagen ist bei mir die Grippe eliminiert worden. Covid-19 Infektionen werden ebenso wie Erkältungen, wie Grippe und andere Viruserkrankungen in der Atemwege. Idealerweise durch Vernebler bekämpft, die Viren inaktivieren und Zähren abdösen. Also die ganze Wohnung riecht schon noch dann hin und mit dieser Art der Anwendung kann man alles gewinnen und nichts verlieren. Bei den meisten Menschen kann die 3%ige Konzentration unverdünnt in der Vernebelungskammer verwendet werden. Zusätzliches Wasser kann immer dazugeben werden, bis die Vernebelung angenehm ist. Wasserstoffperoxid ist schon beinahe seit 200 Jahren aus Heilmitteln bekannt. Wasserstoffperoxid beseitigt Infektionen, Bakterien und Viren durch Oxidation. Und wenn ich mir so einen Vernebler in die Grippe habe, ins Schlafzimmer stehe und lasse dem die ganzen noch mit dem Wasserstoffperoxid und mit den Tannen und mit den Fichten und mit dem Saft drehen und wird die ganze Luft desinfiziert und die atmet immer im Prinzip des Aerosole. Und natürlich fährt mein komplettes Immunsystem dann auf, wenn die Bakterien alle abgedötet werden. Also das kann jeder mal versuchen und im nächsten Teil werde ich auch noch sagen, was man bei der Grippe alles machen kann. Ich wünsche euch noch eine schöne Athletzeit. Füat euch!